Stopp! Ah, jetzt wirst du hochgenommen, Bruder! Gib mir mal den kleinen Schuhchen. Ah! Jawoll! Oh, Bruder! Ups! Und weiter! Stopp! Und weiter! Was sollte das, lieber AJ? Peace, Leute! Willkommen zu einem weiteren Tag aus meinem Crazy Life! Falls ihr neu seid, ich bin Artus Weichert. Hier lebt ihr viele kranke Sachen mit mir zusammen. Ich nehme euch mit durch mein Leben. Komplett durch, Leute. Also durchs ganze Leben. Die Leute hier in Lissabon sind alle so cool, Leute. You gots! Wir sind immer noch in Lissabon, Leute. In Portugal. Im Urlaub. Obwohl das nicht so wirklich ein Urlaub ist. Wir schlafen echt wenig hier. Aber es ist hier mega nice. Die Lautstärke hier nervt ein bisschen, weil die bauen echt überall hier. You good? I'm a friend! Mein Kameramann und bester Freund, der A zu dem J ist am Start. Hallo, Leute! Ich bin's! Guten Tag! Hast du gut geschlafen, Leute? Schlafen? Das letzte Mal geschlafen habe ich gar nicht. Da hat er leider recht, Leute. Wir schlafen so wenig. Das war dann auch wieder genug Schlaf für mich. Es kann mit dem Video losgehen, Leute. Wenn ihr neu seid, dann wisst ihr was zu tun ist, Leute. Haut auf den Abonnieren-Bad. Hier gibt es crazy stuff aus meinem Leben. Richtig? Richtig? Nein? Are they good, Bro? Naja, ich werde euch auf jeden Fall davon überzeugen, Leute. Heute gibt es die Pause-Challenge. Ihr habt am Anfang gesehen, wie die funktioniert. Pause! Oh! Sorry! Der Autofahrer wollte nicht mitspielen, aber das ist ja egal. Für die Pause-Challenge haben wir natürlich zwei Teilnehmer. Einmal bin ich dabei. Artus Reichert. Und ich, der AJ, bin auch dabei. Die Staats-News sind eng, aber ihr habt ja gesehen, wie die Pause-Challenge funktioniert. Deswegen würde ich sagen, let's go! Stopp! Wir warten mal, bis es rot ist, oder AJ? F*** you. Haha, nee. Ich geh schon mal rüber. Wie geht es dir? Die soll mal schneller rot werden. Oh! Weiter! Jo, die hat gar keinen Bock drauf, Walter. Mann, du machst immer so eine Sch***, ey. Sorry, Bro. Digger. Jetzt werde ich dich richtig f***en, Alter. Habe auch Spaß. Ja, mach doch, Digger. Du kleiner Go. Schaffst du eh nicht. Hahaha, das hättest du nicht sagen dürfen. Das hättest du nicht sagen dürfen. Was willst du denn Schlimmes machen? Ich überleg mir was. Du hast das schon locker die ganze Zeit irgendein Plan, AJ. Hm, wer weiß. Hahaha. Ah. Äh, okay. Also jetzt habe ich Angst. Aber es wird ja Schlimmes machen, Leute. Ich hoffe, er findet keine geile Sache, die er mir antun kann. Ich habe aber noch was fürs Ende. Das wird ihn richtig auseinander nehmen, Leute. Glaubt mir. Deswegen bin ich cool damit, wenn er mich jetzt richtig ärgert. Artus? Ja? Komm, lauf einfach mit offenen Armen so auf die Frau zu, okay? Ja, okay. Let's go. Stopp. No hug? No. Sing. Weiter. Mann, keine Umarmung für mich heute. AJ, hattest du eigentlich in den letzten Jahren mal ne Freundin so? Ne, Leute. Dann sprich doch mal irgendeinen Girl an, was du geil findest oder was du nice findest. Mach das einfach mal. Wennst du dich diese Challenge werde? Oh, Junge. Ich weiß, was du vorhast. Na, hältst du schon Ausschau? Aha. AJ hält hier nur nach älteren Damen Ausschau. Das ist schon sehr verdächtig auf jeden Fall. Hm. Vielleicht ist das ja sein Geschmack. Vielleicht ist es der Grund, warum du noch keine hattest, AJ. Du alter M***-Panter, du. Pssst. Digga. Nicht vor den Fans. Aber Leute, wenn ihr Mütter habt, dann... Seid Spaß. Hahaha. Okay, siehst du, die da sitzt mit der weißen Tüte? Die da? Die quatsche ich jetzt an. Okay. Ist das nicht ne ältere Dame? Ja, ist auch mein Kaliber. Oh nein, Alter. Als ob du das durchziehst. Ja, okay. Gönn dir. Hallo. Nice to meet you. Mein Name ist AJ. Stopp. Hi. Hi. AJ. Los, Smalltalk. He likes you. A lot. Weiter. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hahaha. Jo, alter Digga. Das war so peinlich, man. Ja, Leute, und da hat sich alles bestätigt. AJ steht auf ältere Damen. Glaubt meine Chancen standen gar nicht so schlecht, oder? Was meint ihr, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Hahaha. Sie war nicht abgeneigt. Sagen wir's so. War heftig, Bro. Ah, danke. Nice. Arthus. Stopp. Übertreib nicht. Übertreib nicht. Übertreib nicht. Übertreib nicht. Weiter. Hä? Was? Hä? Are you good, Bro? Alter, AJ, jetzt ist meine Hand noch nasser. Und jetzt mit Sprite. Sorry. Oh, hier ist ja gar nichts mehr drin. Ja. Nein, hier trinken wir meins. Ich kann nicht mehr, Digga. Alter, AJ. Stopp. Aha, da kommt's doch schon. Aha, ja. Weiter. Kannst du nicht trinken? Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Stopp. Ah, jetzt wirst du hochgenommen, Bruder. Gib mir mal den kleinen Schuhchen. Ah. Ja. Jawoll. Hahaha. Oh, Bruder. Ups. Und weiter. Ich würd mich beeilen, wenn ich du wär. Haha, Digger. Jo, Digger. Nein. Das bekommst du back, Alter. Haha. Oh mein Gott. Oh, Digger. Und ich dachte, ich kann dich hier mehr knechten als du mich. Und? Fühlt sich gut an? Weißt du? Freu dich nicht zu früh. Ich hab noch was Gutes für dich. Warte einfach nur ab, Mann. Das war too much, Alter. Wirklich. Wirf da nicht mehr nen Schuh da rein, Digger. Jetzt bin ich auch noch nass, Mann. Okay, ich möchte, AJ, dass du einfach geradeaus läufst. Und egal was passiert, du läufst einfach weiter geradeaus. Okay? Ah, okay. Stopp. Weiter. Nee, Alter. Nee, Alter. Jo. Are you good? Bro, Digger. Übertrieben von dir, Alter. Wir machen es doch sauber. Alles gut. Hast du dich verletzt? Wir cleanen natürlich alles. Jo. Perfekt. Aua, das hat uns grad locker ne Viertelstunde gekostet, die wir da einfach nur aufräumen mussten, weil wir diese Glasscherben auch von der Straße bekommen mussten, weil das wär ja assi, wenn da ein Auto drüber fährt. Also, wir haben wirklich wieder alles gecleant, Leute. War es das wirklich wert, AJ? Nein, das war alles auf keinsten wert, Mann. Egal, Junge, ich bin gegen den Müllterne gelaufen, Alter. AJ, ich hoffe, du lernst daraus und machst erstmal was, was vielleicht nicht so schlimm ist, ne? Weil ich bin ja jetzt auch wieder dran, deswegen passt das erst recht. Äh, ja, ja, mh, überleg ich mir. Artus? Yay. Stopp. Haha, ich hoffe, du wärst nass, Bruder. Ich hoffe, ich werd dich nass. Nein. Ja. Ach, komm. Eine geht doch. Jetzt sind beide Füße nass, Bruder. Ey, komm, lass es. Nö. Ey, komm, bitte haut noch mal da richtig dicke Welle raus. Komm. Jawoll. Weiter. Du hast auch gar keinen Bock mehr, ne? Schaffe ich mit nassen Schuhen Backflip, weil ist das nicht die Zentrifugalkraft, äh, wie bei einer Waschmaschine dann? Ich mach einfach mal einen Backflip, vielleicht trockne meine Schuhe durch die Rotation. Weil bei einer Waschmaschine wird auch alles nach außen gedrückt, wegen der Drehung. Ein Backflip ist ja auch nur ne Drehung. Ne, hat nix gebracht, Bro. Stopp. Selfie Time. Weiter. Ach so. Ja, Digga. Hast du jetzt gar nicht gecheckt? Du warst auch drauf übrigens. Echt? Ja, Mann. Natürlich, Bruder. Wir haben ein Selfie zusammen. Nice, Alter. Ich hoffe, die laden das irgendwo hoch. Meine Schuhe, Leute. Ah. Are you crazy, ey? Warum machst du das mit mir? Junge, Rache, Alter. Digga, ich hätte mich da schneiden können bei der Mülltonne oder so. Ah. Ja, okay, ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Du hast sie umgelaufen. Ja, ich wusste auch nicht, dass dein Glas drin ist, Mann. Ja, und? Was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht. Ah. Stopp. Die spielen wohl nicht mit. Ihr könnt aber mal kurz mitspielen, Leute. Stoppt einfach mal. Und lasst dein Abo da, Leute. Haut aus den Abonnieren-Button, dass der einfach komplett wegfliegt. Heute haben AJ und ich uns gegenseitig gestoppt. Und es hat auf jeden Fall eine Menge gebracht. Das war, denke ich mal, relativ witzig für euch. Wichtig, nehmt das nicht so ernst. Falls wir immer irgendwas machen, was ein bisschen assi wirkt. Wir haben immer alles sauber gemacht danach. Oder halt auch aufgeräumt. Ich zeig euch nochmal ein, zwei Moves, Leute. Number one and... Number two. Keep the grind alive, guys. Zieht immer durch, Leute. Werdet Teil der Reise meines Lebens. Begleitet mich bei meinem crazy life. Und weiter. Ihr könnt euer Leben weiterleben, Leute. Tschüss. Peace.